Mutter wird's wohl warten, ich geb dir Geld für die Straßenbahn. Da habt ihr zufällig eine Krone? Lass nur, ich hab's selber. Dann wollen wir mal. 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 wir mal. dann wollen 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 wir mal. dann haben wir mal. dann haben wir mal. dann werden wir sehen, dass wir das wunderbar gemeinsam gestalten, ohne Unfall, ohne Vorkommnisse. Wie gesagt, man steckt ja nicht drin bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Genau, da sagst du was. So, lieber Nick, und da würden wir jetzt einen Kaffee zusammendrinken oder Kakao, was dir lieber ist. Ja, die Tradition muss ja beibehalten. Genau, so ist es. Ja, die Tradition muss ja beibehalten. Ja, die Tradition muss ja beibehalten. Ja, die Tradition muss ja beibehalten. So, hier ist es ein Kaffee. Ja, da ran Skienklaude. Ja, die Tradition muss ja beibehalten werden. Ja, da waren es dann auch wirklich nicht so. Äh, da waren wir jetzt noch einmal zu sehen. Ja, da waren wir jetzt noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So lieber Nick, da lassen wir uns jetzt aber den Kaffee schmecken, bevor es weiter geht. Ja, das machen wir auf jeden Fall eine gute Sterbe. Ja, das machen wir auf jeden Fall. 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 Sehr geehrte Fahrgäste, bitte warten Sie, dass aufgrund von Bauarbeiten die Haltestelle Schlenstraße nicht barrierefrei bedient werden kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Bye. 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 So lieber Nick, da haben wir die erste Runde gemeinsam gemeistert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unser nächster planmäßiger Halt ist der Haltpunkt Weixdorfbad. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020